Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen News-Video, Freunde. Mal wieder eine Breaking News, dieses Mal erneut bezogen auf Bray Wyatt und seinem tragischen, plötzlichen Tod am Ende der letzten Woche. Ich denke mal, jeder von euch hat es mitbekommen und es gibt seitdem schon wieder neue Erkenntnisse, neue Informationen. Wieso, weshalb, wie kam es dazu und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen hier so eine Special-News-Episode. Heute geht es dann wirklich nur um dieses Thema, also würde ich sagen, bleiben wir doch auch an diesem Thema dran. Das Ding ist halt, nachdem also klar geworden ist, dass Bray Wyatt verstorben ist, das Ganze hat Triple H ja bestätigt auf X, ist natürlich durch die Wrestling-Welt ein Erschüttern durchgegangen. Jeder, so ziemlich jeder Wrestler hat sich irgendwie geäußert, hat irgendwie sein Beileid mit in die Welt getragen und das lief ja dann auch zu der Smackdown-Episode mit dazu, wo wir dann so eine Ehrungsepisode für Terry Funk, der auch letzte Woche verstorben ist, und für Bray Wyatt hatten. Und diese Episode hatte auch extrem gute Einschaltquoten, also super viele Wrestling-Fans haben dann auch gerne wieder eingeschaltet bei Smackdown und haben dann auch natürlich gucken wollen, was da jetzt genau bei rumkam. Außerdem haben sich auch ein paar Leute, ein paar Wrestler, Fireflies tätowieren lassen sofort. Darunter Braun Strowman, Karrion Kross und Shotzi, die jetzt so ein kleines Firefly-Tattoo haben. Und, warte, ich kann das bestimmt hier auch einbinden. Hier, so sieht das Ganze aus. Und da auch nochmal zu Ehren von dem guten Bray Wyatt. So, das dann erstmal dazu. Dann gab es die nächste Information. Und zwar, dass erstmal natürlich alle Merchandise-Verkäufe, die jetzt irgendwie für Bray Wyatt generiert werden von der WWE, natürlich an die Familie gehen. Das ist eigentlich soweit klar. Wäre ja durch Erbe sowieso so passiert. Aber da gab es nochmal ein Statement von der WWE. Dann gab es von Sean Ross Sapp von Fightful, gab es die Info darüber, dass sein Tod im direkten Zusammenhang mit seiner Covid-19-Erkrankung war. Das heißt, er hatte nämlich, ja, Anfang des Jahres hatte er, wurde er an Covid infiziert, hatte also Corona. Und da kam es schon zu Problemen mit seinem Herzen. Und eigentlich hatte er sich schon fast dahingehend von dieser ganzen Geschichte erholt. Obwohl es ihn da schon eigentlich krass getroffen hat, gab es denn jetzt also schon die Info, dass es da auf dem Weg der Besserung gibt. Deswegen hatte ich auch erst letzte Woche ein News-Video rausgehauen, wo es denn hieß, jo, im September wird man wohl Bray Wyatt auch wieder im Ring sehen. Allerdings kamen dann heute schon wieder ganz neue Informationen. Und zwar, dass er in, also die kamen dann von TMZ, jetzt schon wieder ganz brandheiße News, die sind alle erst von heute, die dann da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen oder dann doch schon wieder mehr Fragen aufwerfen. Das Ding ist halt, es wurde jetzt bestätigt, dass Bray Wyatt im Schlaf gestorben ist und das eigentlich in einem Nickerchen. Also er wollte ein kleines Nickerchen machen und so und war dann am Donnerstag. Und Jojo, also die ehemalige Ringsprecherin, hat dann halt irgendwann nach ihm gesehen, weil halt sein Wecker schon seit einer Stunde durchgeklingelt hat. Und irgendwie ist er nicht aufgestanden, deswegen hat sie dann halt geguckt, was da los ist und hat dann schon den leblosen Körper nur gefunden. Dann natürlich sofort den Notarzt gerufen. Man hat versucht, ihn wieder zu beleben, wie man das dann halt natürlich auch so macht und wurde dann direkt ins Krankenhaus gebracht und im Krankenhaus wurde dann der Tod festgestellt. Boah, es ist so schlimm, immer darüber zu reden. Ich hasse das. Auf jeden Fall ist es so, dass er im, kamen, wie gesagt, mehrere Infos raus. Im März 2023 hatte er die Covid-19-Erkrankung und seitdem hatte er sowieso einen sehr geschwächten unteren Teil des Herzens. Also das Herz hat auf jeden Fall Schaden davon genommen. Und das Krasse ist, dass er eine Woche vor seinem Tod nochmal wegen dem Herzproblem im Krankenhaus war. Und an dem Todestag gab es nochmal eine Nachuntersuchung von einem Arzt, wo ihm nochmal gesagt wurde, dass er einen Herzdefibrillator tragen soll. Das ist ein externer, also es ist immer die Frage, ob das direkt am Herz eingebaut wird, also reinoperiert wird oder dann halt von außen. Er hatte einen externen Herzdefibrillator, der in diesem Fall theoretisch einsetzen sollte und sein Herz wieder in Gang bringen sollte. Das heißt, ihm wurde an seinem Todestag nahegelegt, dieses Ding doch bitte zu tragen. Und wo war das Ding? Im Auto. Es wurde dann nachträglich festgestellt, dass dieses Teil in seinem Auto lag. Er es also für dieses Nickerchen nicht dabei hatte, nicht um hatte, nicht angeschlossen hatte. Und ja, was daraus resultiert ist, haben wir ja jetzt gesehen. Das Ding ist natürlich auch, man kann jetzt natürlich nicht sagen, ob das hätte jetzt alles ändern können. Klar war das Ding extra genau für diesen Fall konzipiert. Ob es jetzt aber dann auch wirklich sein Leben gerettet hätte, das weiß keiner. Ist aber halt wirklich nochmal so ein ganz schön krasses Ding. Das hätte er wahrscheinlich von allen am wenigsten erwartet, dass wenn er das jetzt für so ein kleines Nickerchen hier mal irgendwie zwischendurch jetzt nicht trägt, obwohl ihm der Arzt das gesagt hat, würde man ja nicht gleich drauf gehen. Ja, scheiße passiert. Also das ist halt wirklich, ich finde das so schlimm und so traurig. Es ist einfach echt krass. Wie gesagt, es hätte vielleicht verhindert werden können, vielleicht aber auch nicht. Fakt ist, dass die Krankheit, die er Anfang des Jahres hatte, dass die sein Herz schon so stark in Mitleidenschaft gezogen hat, dass die Gefahr für einen weiteren Herzstillstand die ganze Zeit da war. Ähm, und das ist eigentlich das Hauptproblem. Also, es ist halt schwierig. Ja, vielleicht hätte das irgendwie was gebracht. Ähm, vielleicht hätte es auch einfach nur ein bisschen die Zeit verändert. Vielleicht wäre es dann einen Tag später passiert. Oder irgendwann hätte er vielleicht das Ding vergessen oder sonst irgendwas. Ne, man sagt ja immer, Gottes Wege sind unergründlich und so. Man weiß nicht, ob es wirklich was gebracht hätte. Aber es ist natürlich krass, sowas zu lesen oder auch jetzt für euch im Fall einfach sowas zu hören, dass er vielleicht das hätte ummachen können, anschließen können und dann wäre er vielleicht nicht an diesem Tag verstorben. Aber trotzdem, wie gesagt, das Herz war, äh, war schon in einem ziemlich schlechten Zustand und, ähm, gerade in so einem jungen Alter, der war 36 einfach. Das ist, das ist eigentlich das Schlimmste. Ähm, und dass er eine Woche vorher auch nochmal im Krankenhaus war und sowas ist einfach, es ist wirklich super, super traurig. Und, ähm, ja, das sind auf jeden Fall, ähm, alle weiteren Infos zu dem Tod von Bray Wyatt. Ähm, wie gesagt, ich werde euch, es wird wahrscheinlich jetzt nicht weitere Breaking News dazu geben, weil ich dann einfach die Sachen in den News ganz normal mit einbinden werde. Ähm, und dann, äh, kriegt ihr das auf jeden Fall dann auch mit. Aber das war jetzt nochmal so eine richtige Schocken-, Schockmeldung einfach. Ähm, ja, krass. Auf jeden Fall krass. Freunde, ich wünsche euch trotz allem natürlich einen wunderschönen Tag. Ähm, wir sehen uns dann morgen im Video und, äh, ja, wir, wir, wir bleiben dran und wir erhalten ihn natürlich in Ehren und, ähm, ja, Freunde, weitermachen, haut rein und ciao.